Eine Frau zum Verlieben Vor rund einem Jahr verlor Miriam Höller ihre große Liebe, den Kunstflugpiloten Hannes Arch bei einem Helikopterunglück. Doch wie geht es der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin und Stuntfrau eigentlich heute? Ob es ihr schwerfällt, nach diesem schweren Verlust einfach so weiterzumachen? Mir bleibt nichts anderes übrig. Natürlich denkt man auch mal ans Aufgeben. Schlussendlich kam ich aber an den Punkt, an dem ich mich gefragt habe, was würde Hannes wollen? Wie würde er wollen, dass es weitergeht? Ich hatte immer Ziele und Träume und möchte diese nicht aufgeben. Daran halte ich fest, sagte sie unter anderem gegenüber der BILD. Das 1,84 große Stuntmodel kann sich auch eine neue Beziehung vorstellen. Ich bin erst 30 Jahre alt und werde hoffentlich nicht mein Leben lang alleine bleiben, verriet die hübsche Blondine weiter. Wir wünschen dir für deine Zukunft alles Glück der Welt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren.